Der italienische Erstligist A.C. Mailand hat den Vertrag mit Janester Patrick Coutrone vorzeitig bis 2023 verlängert. Das geht aus dem Finanzbericht der Rossenerie für die Saison 2017-18. hervor. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Die Ausweitung des Arbeitspapiers des 20-jährigen Stürmers wurde also noch in der vergangenen Saison fixiert, aber nicht öffentlich kommuniziert. Coutrone soll bei Milan rund eine Million Euro im Jahr verdienen. Einem Bericht von Karl zu Mercato.com zufolge soll der 20-Jährige künftig etwas mehr über eine Million Euro im Jahr verdienen. Coutrone wechselte bereits 2006 im Alter von zwölf Jahren in die Jugend des Serie A-Klubs und durchlief seitdem alle Jahrgänge. Seit Januar 2017 gehört er dem Profikader an. In der aktuellen Spielzeit kam er bislang zu fünf Kurzeinsätzen, insgesamt 63 Minuten, und erzielte dabei einen Treffer. Auch sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft durfte er im vergangenen März feiern. Mehr zu Patrick Coutrone und dem AC Mailand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017